Hör mal, Leo. Ich habe das Gefühl, dass du in letzter Zeit ein bisschen vergesslich bist. Wirklich? Ich kann mich nicht erinnern. Tja, gestern zum Beispiel, da sollten wir mal links großes Teleskop streichen. Und du hattest die Leiter vergessen. Und die Pinsel. Und die Farbe. Oh, oh ja. Jetzt weiß ich's wieder. Gut. Also müssen wir heute darauf achten, dass wir alles dabei haben, bevor wir losfahren. Und dass wir wirklich nichts vergessen. Ja, das macht Sinn, Bob. Heute Morgen bauen wir einen Schuppen für den Zoo, in dem die Bananen für die Affen aufbewahrt werden sollen. Wir fahren zum Zoo. Also habe ich eine Liste gemacht mit allen Dingen, die wir brauchen. Und ich will gucken, ob du sie in deinem Werkzeugkasten hast. Okay, Bob. Gut. Als erstes Wasserwaage. Ist hier. Klasse. Schauen wir mal, was wir noch brauchen. Hast du einen Schraubenzieher da? Hier. Die Schrauben drehen sich schließlich nicht von selbst rein. Ganz genau. Hammer? Auch da. Oh, ich liebe Hammer. Den würde ich niemals vergessen. Sehr schön. Dann hätten wir noch das Maßband und die Schutzbrille. Ist da. Und ist auch da. Es fehlt noch. Die Säge. Ah, hier. Pass immer schön auf, wenn du ein scharfes Werkzeug in die Hand nimmst, okay? Ich denke, dann haben wir alles. Jetzt bauen wir den Schuppen. Okay, es kann losgehen. Worauf wartest du, Buddel? Ähm, und was ist mit deinem Werkzeugkasten? Oh ja. Natürlich. Hatte ich vergessen. Hier kommt Buddel, König vom Schotterberg. König Buddel, hm? Das gefällt mir. Oh. Hm? Und.